Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, dann wollen wir uns mal hier ein bisschen weiter umschauen. Zur Werkstatt, okay. Hallo, wann schickt die RNK wohl endlich Turpen, um uns zu helfen? Ich weiß es nicht, aber danke für die Markierung. Ja, Werkstatt mit Altmetall und eine Werkbank hier. Mehr aber hier nicht zu finden. Mining Büro. Dieser Anblick erinnert mich gerade an die Republik Dave. Aber kein Dave da, schade. So, dann gehen wir mal hier hoch. Hallo, hallo, hallo. Keiner da. Hallo, hallo, hallo. Wirklich keiner da hier. Toll. Ich dachte, hier können wir wenigstens noch einen Händler erschließen, aber wir haben hier nur Todeskrallen in der Nähe. Das ist nicht so geil. Das ist bis jetzt nicht so geil. Na gut, nächstes Gebäude. Arbeiterbaracken. Hi. 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 Hi, hi. Wie geht's? Jess hat den Kaffee schon wieder versaut. Würde ich an ihrer Stelle nicht trinken. Deckung. Mhm. Ich darf doch mal kurz. Dienstbuch der Elektronik. Ich will das Dino-Spielzeug. Okay. Ist nicht so ganz abgelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann mich sogar in die Latrine setzen. Ja. Ja, gut. Mit Todeskrallen wollte ich mich jetzt auch nicht so boxen, sofort. Ich wollte eigentlich jetzt so nochmal gucken, ob wir hier vielleicht nochmal einen Händler haben oder so. Aber scheinbar nicht. Na, was macht ihr hier? Ein Karawanespiel, wa? Hm. Genau. Na gut. Das heißt, das hier hilft mir jetzt auch nicht so wirklich. Äh, dann würde ich sagen, verzwiebeln wir uns von hier aus wieder, weil... Nee. Lage der Großkarne, ja. Nee. Weiter Richtung Norden machen wir dann uns nicht weiter auf. Das heißt, wir gehen jetzt, ähm... Einmal von der Nippten Road aus Richtung Nippten. Okay. Keiner da. Keiner da ist immer gut. Dann wollen wir nochmal... Ähm... Weiter laufen. Das Problem ist, ich bräuchte jetzt mindestens noch ein Level, wenn wir selbst, wenn wir das ganze Level in Wissenschaft investieren. 55 brauche ich. Na, wir sind jetzt bei... Ich glaube noch nicht mal, dass wir das mit einem Heft hinkriegen, oder? 40. Nee, es fehlen, es fehlen 5 Punkte. Ich würde gern beides machen wollen. Einmal mir die Quest holen und einmal... Hallo, Söldnerin. Und einmal den Roboter reparieren. Denk ich das Richtige ausgewählt. Nicht, dass ich jetzt hier... Vollkommen falsch her, doch. So halbwegs. Erstmal die Aufgabe, die Wüste lebt, war das? Na ja. Dann gehen wir erst mal da lang. So, eigentlich auf den Straßen ist relativ safety. Dementsprechend... Laufe ich jetzt hier mal ein bisschen durch die Wüste und wir haben hier Skorpione ohne Ende. Ich sehe schon wieder. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Und einer größer als der nächste. Aha. Zappeln da aber ganz schön gut rum. Da hinten wird geschossen. Also bis jetzt kommen wir eigentlich ganz gut durch. Ich glaube, wir gehen doch nicht da hinten bei den ganzen Skorpionen lang. Ein bisschen zu viel Schissgift abzukriegen. Ich habe nur zwei Gegengift. Das heißt, maximal zweimal pieksen und dann war es... Oh. Da vorne ist irgendwas. Was ist denn da vorne? Auf einer Skorpion. Ähm. Das war eine Ameise, die ich gerade erschossen habe. Hängt noch eine drinnen, ne? Also, wir haben die Wahl zwischen Skorpion rechte Seite und Ameisen linke Seite. Na gut. Aber wir kommen jetzt an die Ameise ran ohne... Sehr böse zu werden hier. Gut. Erstmal machen wir dich weg. Ein Kopfschuss dürfte... Nein, reicht nicht. Komm. Zweiter hinterher. 95. Das dürfte passen. Okay. Oh, ich liebe diese Waffe. Und da kann ich wenigstens halbwegs zielen, solange es schön frei ist. So, nimm mal einmal kurz das mit. Ich habe halt Schiss, dass jetzt die Skorpione von hinten kommen oder so. Na komm, du hast mich doch jetzt nicht in Ruhe gelassen, oder? Die ist sogar noch leer. Oha. Ich glaube, ich habe da jemanden aufgeweckt. Gut. So, mit Ameisen lege ich mich lieber an als mit Todeskreim. Bin ich ehrlich? Eine ist da aber noch. Die auch gerade Bescheid sagt, oder so. Da kommt schon die nächste. Komm. So kann man auch EP sammeln. So, Ameisenfleisch. Ich werde schön viel Ameisenfleisch haben. Eine Kochstelle wäre ganz cool. Und ich weiß, dass da hinten noch eine ist. So, die Ameisen finde ich jetzt nicht so schlimm. Die sind nicht so schnell. Die sind halt eher so... Ja, ich bin gemütlich. Alter, da hinten ist noch so ein Riesenvieh. Da hinten ist sie. Also, ich lade dich mal kurz nach. Mama. So, jetzt sieht alles gut aus. Damit die Viecherjagd. Sieht hier aus wie eine Rennstrecke. Voll mit Ameisen. Jut. Äh, ich kann mal was essen. Ameisennektar. Gibt sogar vier Stärke. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Dann machen wir hier nochmal ein Fallobst mit dazu. Das ist noch so ein Riesenvieh. Gibt hier genug Riesenameisen. Dementsprechend auf der anderen Seite wird es dann auch ordentlich was an... ...anderen Viechern geben. Ich darf mich halt nur nicht einkreisen lassen. Das wäre, glaube ich, das Beste. So, ich guck mal erst mal hier vorne nach. Ähm. Mitglied der Schakale. Anführer der Schakale. Super. Natürlich hast du mich jetzt instant gefunden. Na gut. Der haut schon ab. Ist ja auch nur ein Mitglied. Okay. Nummer eins. Jawohl. Och komm, dreh dich doch nicht weg. Okay. Ich kann ja auch ins Bein schießen. Wenn ich jetzt alles andere nicht kriege. Nee, 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 noch nicht. So. Komm schon. Meine 10 Millimeter enttäuscht mich doch heute nicht so. Danke. Ja, fast. Gut. 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 Denen seine Waffen scheinen kaputt gegangen zu sein. Alter, das gibt's doch nicht. Die heilen sich ja noch auf. Wie ist denn Becks? Treff heute wieder wie der letzte Murrux. Ähm. Gut. Gecko-Steak. Gecko-Steak. Zack. Ja. So, jetzt müsste es klappen. Jawohl. Killerspiel. 75 von 75. So, bei dir kann ich ja ganz normal noch mal ein bisschen auftanken hier. Siehst du? Nein? Tut mir leid. Hinrichtungskommando ist da. So. Dann können wir uns hier gleich noch mal ein bisschen was mitnehmen. Hier haben wir jetzt eine kleine Feuerstelle. Hm. Haben die da? Was war das? Cowboy-Repetier. Hm. Klingt schon mal nicht schlecht. Klingt schon so mal nicht schlecht. Was verbraucht die? 357. So, sie hat er noch eine Maschinenpistole. Und Hülsen dafür. Hm. Was weißt du? Du warst der Anführer. Da hat er schon eine Waffe und kann sie nicht benutzen, oder wie? Räumt mit einem Bleirohr auf uns los. Na gut. Wenn es dir das Bleirohr wert war, war es sein Lieblingsbleirohr. Definitiv. Jeder hat so seine Lieblingsschmankelwachen, die man nicht wiederhergibt. Gut, wir sind ja noch weit, weit entfernt. Von der ganzen Sache her. Ich habe mir überlegen jetzt nochmal... Schade, ich dachte, ich komme da durch. Bist du so dick? Kann doch nicht wahr sein. Was dahinten will ich auch noch haben. Da muss ich mich hier gegen die ganzen Ameisen durchsetzen. Und munitionstechnisch, ja, sieht es jetzt gerade wieder für die Hauptwaffen nicht so geil aus. Ja, hier nicht. Lagerfeuer, ja. Atomcocktail. Okay. Nuka Cola Victory und Wodka. Hm, hm. Minus müde, plus Durst, Energieresistenz, Feuerresistenz und Red. Ja, überleben 35. Hier brauchen wir noch eine Frucht. Für den bäfligen Mini-Burger. Brammenfleisch. Mehl haben wir. Die heilige Dura-Wurzel haben wir nicht. Oh, das passt ja. Gut, das ist 75. Was gucke ich mir denn hier an? Oh, um Gottes Willen. 40. Ja, das Gegengift. Das wird es halt auch nochmal. Nachtpirscher Blut. Feuergecko. Geckohaut. Gegerbte Haut. Silberblattnachtschatten-Terpentin. Geisterblick. Saftiges Grün. Saftiges Grün. Ja, gut. Viel können wir jetzt nicht machen. Große Whisky-Flasche. Siehst du, ich wusste, ich brauche doch Wasser. Äh, Flaschen. Die großen Whisky-Flaschen sind schon mal gut. Äh, das ist momentan mein Pro-Party-Ment jetzt. Okay. Charisma, Wahrnehmung und Intelligenz. Honig-Schrote, Whisky. Mhm. Rakete. Gibt 30 AP. Macht ein Jet weg. Reinigungsmittelkarton. Mh, richtig schnuppern. Wenn schon, denn schon. Siehste, da sind es doch. Ja, siehste, mit einem Kronkorken und leere Flasche und Nevada. Rucht kriege ich wieder. Ja, siehste, das ist schon recht wichtig. Ah, ich habe aber da hinten kein Lagerfeuer. Das ist so ein bisschen was, was mich ärgert. Ich brauche halt also nochmal irgendwo was, wo ich ein Lagerfeuer herkriege. Weil so ist das jetzt natürlich blöd. So, und nächste Blöde, wir sind jetzt schon wieder überladen. Dementsprechend muss ich jetzt hier nochmal kurz. Da ist ja ein Port-Bereich hier. Ist ja ein Port-Bereich hier. Autowerkstatt Nipna Road. Komm, ich nehme die Munitionsbehälter hier. Als, äh, Lagertransport. So, Minenkiste. Was lege ich rein? Aber ich habe hier noch mehrere Metallrüstungen. Stimmt, ich habe hier mehrere Metallrüstungen. Die wiegen ja alleine schon 30 Kilo. Ui, 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 ui. Hm, gut. Die können wir nochmal aufsetzen. Ich glaube, die würde ich dann nochmal mitnehmen. Ist über der Hälfte, würde ich sagen. So, die 9er, die kann ich auch nochmal zusammenmixen. Wenn ich die jetzt gerade nicht benutze. Jetzt habe ich von den 9mm habe ich jetzt aber ordentlich was dazu gekriegt. Na gut. Waren jetzt auch viele Maschinenpistolen mit bei. Lass mal gucken hier. Ja. Gut. Nimm ich. Nimm ich. Die verwitterte 10mm könnte eigentlich auch nochmal eine Reparatur brauchen. Aber was lege ich denn jetzt ab hier? Ah, ich brauche Level. Ich brauche Stärke. Ich brauche Skills, um mehr mitschleppen zu können. Ich lege mal kurz eine 9mm. Lege ich die ab? Ne. Lege die Metallrüstung ab. Ich lege die Lederrüstung ab. Naja, wir müssen zweimal laufen. Wir müssen zweimal laufen. Geht nicht anders. So, ich bin nicht mehr überlastet. Dementsprechend räumen wir jetzt hier mal kurz ab. Haben wir noch Goodsprings. Lauf ich jetzt erstmal ab. Meine Dehydration hat zugenommen. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist natürlich nicht so geil. So, erstmal hier reinschmeißen, was was wiegt. Hervetasse, Klebeband, Schrauber, Wettstein, Wunderkleber. Mehr hatten wir jetzt eigentlich nicht. Das ist alles nur der Rest. Und ich bin ein bisschen am Durstlich. Durstlich bin ich. Ja gut, mein Heimat hier dürfte mir das eigentlich nicht verübeln. Wenn ich mal kurz... Ja, ich sollte mal die Waffe wegstecken, sonst steht da oben wieder. Sie provozieren einen Angriff. Und wir laufen ein bisschen schneller. Als immer mit der gezogenen Flinte. Hm. Hau die Partner. Äh, nein. Auf Wiedersehen. Danke. Ich will nur mein Heim zurück. Gut. Du gehst... Dir geht es ja eigentlich noch soweit ganz gut. Wir könnten mal... Hm, hatte ich nicht noch neu... Ah, ich hab hier noch 9mm Maschinenpistolen. Hm. So, vom Schaden macht die 7. Im Gegensatz zu 9mm. Macht er 8. Macht hier eine 9mm Pistole. Ein bisschen aufrepariert. A9. Hier haben wir eine ganze... 10. Also 10. Hm. Erleben wir sparsam. Wir bleiben sparsam. Das heißt, die Millimeterkanone kann weg. Bleirohr. Das Dynamit legen wir auch nochmal mit rein. Einschussflinte. Messer. Knüppel. Da haben wir noch ein bisschen. Die hat mir auch bis jetzt immer den Arsch gerettet. Dann lege ich erstmal die verwitterte wieder ein bisschen ab. Wir müssen 10mm einsparen. Die lege ich jetzt auch nochmal ab. Dann gucken wir mal. 9, 10 Schaden. Aber auch noch nicht ganz auf... ...repariert. So, dann nehmen wir hier die 9mm raus. Hier doch noch eine. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Dann gucken wir mal, dass ich hier nochmal ein bisschen Hilfsmittel reinlege. Sowas wie Ameisen, Eier. Ich weiß noch nicht, ob wir sie verkaufen können oder nicht. Dementsprechend, ja. Ich bin noch nicht hungrig. Ameisenfleisch machen wir auch nochmal rein. Nektar finde ich eigentlich ganz geil. Deswegen behalte ich. Aufbereitet das Wasser auch. Bittertrank, ja. Könnte ich aber auch mit reinschmeißen. Ist halt eigentlich nur TP. Ich weiß noch nicht, ob ich den brauchen werde. Bittertrank, Bittertrank. Das Fleisch kann ich nochmal reinpacken. Das Steak behalten wir. Weil es auch nochmal Stärke dazu gibt. So, Buff auf. Oh, das behalten wir auch. Gram können wir reinschmeißen. Behalt, 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 behalt. Eichhörnchen am Stiel. Behalten wir auch mal. Genauso wie ein Eichhörnchen Eintopf. Das Fallobst. Das lege ich erstmal weg. Wird wir uns vielleicht auch mal ein bisschen Reserve reinsetzen können. Sowas wie frische Kartoffeln legen wir mal auch weg. Frische Kaktus. Frischer Apfel. Frischer Mais. Ich habe an und für sich schon zu viele davon. Aber ich behalte die jetzt trotzdem noch bei. Das haben wir hier noch. Gegrillte Schrecke. Ob die wirklich so gegrillt schmeckt. So, was haben wir sonst noch hier? Wir haben eigentlich noch relativ viel. An Essen. Kann ich sogar noch vier Nuka Colas mal ablegen. Mal als Reserve. 160. Na, mehr als 160 wollte ich sowieso nicht runtergehen. Und ich merke aber gerade, wir haben noch Rüstung hier. Jetzt bin ich definitiv unten. So. Achso, ich habe Durst. Ich habe Durst. Ah, das gute Wasser. Ich werde gleich nochmal schlafen. In der Hoffnung, dass das da oben drin bleibt. Nochmal was gegen die Müdigkeit getan. Günstig auffüllen. Mensch, günstiger geht nicht mehr. Noch einmal. Und noch einmal. Okay. So, jetzt muss ich aber leider nochmal neue Einstellung tätigen hier. Das heißt, du kommst auf die Eins. Du kommst auf die Drei. Und du bleibst auf der Vier. Fünf Kilo noch Unterschied. Okay. Audi. Dann wollen wir mal gucken, dass ich jetzt da meinen Rest mitnehme. Wo hat er mich rausgelassen? Ah, hier. Ähm, ja. Bleirohr, Bleirohr, Bleirohr. Oh, das ist geil. Das ist geil. Genau auf sowas habe ich gewartet. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ähm. Wollte gerade sagen, kann ich auch mal die Köpfe sehen? 72. Ich kann zwar anvisieren, aber ich sehe nicht. Jawoll. Erkannt. Okay. Also. Das ist doch mal was. Ey, ich habe endlich mal. Ich habe gar nicht gesehen, dass da so ein Knöpfchen drin ist. Hm. Hat sich gleich doppelt gelohnt. So, aber was ist hier, was mir grün angezeigt wird? Raben. Waren das wirklich die Raben, die mir grün angezeigt worden sind? Na gut. So rüber geflattert. Nicht die anzunehmen. Kann ich die anzunehmen. Kann ich die anzunehmen? Kann ich. Kann ich. Kann ich. Die gehen in einer Blutfondäne auf. Okay, aber ich kann sonst nichts weiter machen. Kein Rabenfleisch. So. Alter, ich habe ja gleich wieder Essen und Trinken. Wieder alles voll hier. Mensch. Und ich bin schon wieder so voll, dass ich schon wieder nicht weiterkomme. Ah, zu Glück hatten die nur Bleirohre mit. Alter, die haben ja Lederrüstung ohne Ende. Mit dabei gehabt. Na gut, die Witze wird schon wieder fast voll. Das gibt es doch nicht. Ja, so schnell kann es gehen, ne? 100 Kilo sind halt nicht wirklich viel. Na gut, dann können wir jetzt schon mal alles wieder beiseite packen. Ist halt momentan noch halt viel hin und her. Wir sind ja halt noch am Aufleveln. Dann lege ich jetzt die ganze Lederrüstung, die schwere Rüstung ab. Dann haben wir ja eigentlich auch wieder ein bisschen Platz im Ganzen. Ah, das Gewehr ist schon mal gut. Das ist schon mal echt nicht schlecht. Man kann wirklich gut damit visieren. Optimal. Genau sowas wollte ich schon die ganze Zeit haben. Ich danke euch, Schakale. Danke, dass es euch gibt. Eigentlich nicht, weil ihr seid scheiße. Ihr wisst, was ich meine. So. Das Bleirohr kann weg. Ach so. Rüstung. Wie schnell man mal ein paar Kilo verliert. So. 63 ist vollkommen in Ordnung. Da würde ich sagen, reisen wir jetzt wieder runter. Wir wollen ja schon irgendwann mal nach Nippen kommen. Nee, diesmal ist keiner da. Doch, ist einer. Mit einer 10 Millimeter. Du rennst freiwillig in die Wüste. Na aber. 10 Millimeter nehmen wir mit. Den Skorpion. Ah, der ist leer. Na gut. Dann würde ich nehmen jetzt nochmal alle Skorpion. Was ist hier los? Okay. Irgendjemand gegen irgendjemand. Gut. Die sind verbündet. Helfen wir. Haben Sie das gesehen? Der Kerl wollte mich umbringen. Alles in Ordnung? Jetzt ja. Ich war gerade auf dem Weg nach Westen, als dieser Verrückte aus dem Nichts kam und auf mich schoss. Er brüllte irgendwas von Sternen oder so. Können Sie was damit anfangen? Haben Sie irgendwelche Kronkorken mit Sternen drin? Äh, nein. Glaub nicht. Kronkorken sind Kronkorken, oder? Äh, schauen Sie. Ich muss mich jetzt kurz sammeln und dann bin ich auch schon wieder weg. Danke nochmal. Aha. Ja. Du hast also keine Kronkorken. Ähm. Was denn? Was denn? Hallo? Hat die das jetzt mitgekriegt, weil ich aufgestanden bin? Okay, wir haben einen Begleiter. Thomas. Thomas Tagebuch. Ja, es macht Spaß. Weißt du nicht, was jetzt los ist? Oh. Äh, ja. Ich hätte mal öfters mal wieder reingucken müssen. Na, wer hat hier eine Glücksträhne? Ich kann mein Glück nicht glauben. Ich bin absolut fassungslos. Gerade werde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, ja klar, angesprochen. Nachdem wir alle in meinem Büro waren, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied von Caesars Legion sei. Er wusste, dass er in K-Truppen und Pulverbanditen auf Zeit den Nippen verbringen. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppen hasst und ein Exempel an ihn statuieren möchte. An der RNK aus offensichtlichen Gründen. An den Pulverbanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbanditen überreden, nachts RNK-Soldaten zu entführen. Wenn beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha! Und für diese einfache Aufgabe wurden mir 8000 Kronkorken angeboten. Ich konnte fast direkt in die RNK zurückkehren, aber ich weiß, wie viel ich noch aus diesen Legionslakaien rausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte in einen Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave Ausprost sammeln. Für den Fall, dass ich schnell nach Hause zurückkehren möchte. Sehr aufregend. Unterzeichnet mit ruhiger Hand auf der Tastatur. Super Burgermeister Josef B. Steen III. Esquid. Mit diesem Diagramm können sie Pulvergranaten herstellen. Ihr Swinkels in Quarry Junkon möchte, dass sie ein Todeskrallenei für ihr Ötland-Omblett besorgen. Sie finden es am ehesten in dem Todeskrallennest nahe der gelegenen Kalksteinbruch. So. Thomas' Tagebuch in letzter Eintrag lautet Endlich scheint sich das Blatt zu wenden. In der letzten Stadt habe ich etwas Schrott gegen eine schönen Häufchen Kronkorken vertickt. Und jetzt habe ich einen neuen Reisegefährtin. Sie heißt Jacqueline. Und sie ist ziemlich süß. Und ich hatte schon fast angefangen, an meiner Glückskette zu zweifeln. Dann haut das aber nicht ganz hin. Willst du mir jetzt auch so nachlaufen? Hm? Okay. Okay. Oliver. Okay. Jetzt fängst du an zu schießen. Das geht nicht. Tut mir leid. Die Raider-Rüstung können wir uns erstmal einsacken. Freut der sich? Was? Was? Was stand da? Das gibt es doch nicht. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Das gönne ich mir. Da muss ich mir jetzt sogar ein super Stimpeg gönnen, ob ich nun will oder nicht. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Ich nehme mal einen Reparatursatz für die Waffe. Ja, mit der Pistole müsste ich auf Abstand kommen. Oder auch nicht. Ich werde hier gerade durch den Total vergiftet. Ey, das ist ja mal mega fies. Der kann doch nicht einfach in mir rein spawnen. Und wie soll ich denn das schaffen? Aufbereitetes Wasser. Wir essen nochmal Nudeln. Bezüglich, ich bin jetzt extra leer hier runtergegangen. Alter, das ist so fies. Es ist so fies. Alles mögliche reindrücken. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine Vergiftung gekriegt durch das Mistvieh. Doch, ich habe immer noch Vergiftung. Es wird weiter runtergesetzt. Ah! So, nochmal ein Stimpeg hinterher. Was sollte das denn, ey? Du Mist, 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 Mistvieh. Super Stimpeg hat nachgelassen. So, habe ich jetzt noch Gift am Körper? Da müsste ja eigentlich ein Status stehen. Oder nicht? Effekte? Stimpeg-Krankheit? Ja. Okay, Kopfbedingung. Alter, das gibt es doch nicht. Wieso? Böses, 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 böses Möppelchen. Ich glaube, ich nehme nochmal einen Reparaturkasten. Auf dieser Waffe hier. Das ist doch mal richtig böse. Gibt man sogar nochmal eine Cola. Nochmal was zu essen. Und nochmal was zu essen. Alles klar? Geht es Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging es nie besser. Jawohl! Aha. Aha. Kommen Sie aus dieser Stadt da drüben? Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Was für eine Frage. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott. Die Luft riecht traumhaft. Sind Sie Pulverbandit? Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Seit, dass ich gehe. Bis später. Okay. Vogelchen. So, hat jetzt langsam alles nachgelassen. Das heißt, ich esse nochmal ein bisschen was. Sie haben sich eine Strahlenkrankheit zugezogen. Suchen Sie einen Arzt auf oder nehmen Sie Red Away ein, um Ihre Strahlenbelastung zu verringern. Sie können sich im Voraus schützen, indem Sie Red Eggs einnehmen. Das Medikament erhöht Ihre Strahlenresistenz. So, ich fühle mich schwach wegen Strahlung. Alter, das wird mich nachher immer so viel kosten an Ausdauer. Na gut, aber einen Red Away müsste ich noch haben. Red Eggs, Red Away. Habe halt nicht viel. Deswegen... Erstmal so. Okay. Entdeckte mögliche Orte. Also, hier aus der Stadt bist du rausgekommen und hast einen Lotteriegewinn gemacht, ja? Da ist die Post. Gehen wir mal in die Post. Hallo? Oh. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Erst zerschmettert man meine Beine, dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbaditen höchstpersönlich auf. Was haben Sie bloß gegen uns? Wenn Sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen, dann geben Sie mir 15 Medics und ich setze mir den goldenen Schuss, ja? Scheiße auch! Warum sind Sie noch hier? Keine Ahnung, mir gefällt sie einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Ich habe keine Medics für Sie. Quatsch! Sie wollen bloß alles für sich behalten. Was ist in dieser Stadt passiert? Passiert? Die Leedschn ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Wie haben Sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippen-Lotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Erzählen Sie mir von der Lotterie. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Wann und wie ist Ihr Plan schiefgegangen? Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterie los. Was ist passiert, nachdem jeder sein Lotterie losbekam? Was glauben Sie denn? Er begann die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Was ist mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Sie erwähnten, dass einige der Leute versklavt wurden. Ja. Eine Gruppe dieser Lidschen-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Ich werde tun, was ich kann, um sie zu retten. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Okay, rausgeworfen. Sprechen wir über etwas anderes. Und über was? Ich muss mich auf den Weg machen. Wiedersehen. Okay. Ich werde mich wenigstens schon mal eindecken mit ein bisschen Zeug. Ich dachte jetzt eigentlich hier so an den Postkasten oder so. Coca-Cola-Schrank ist leer. Den können wir knacken. Knack ich es nochmal? Ich mache schon wieder folgenden Überlänge. Versenkte Bücher. Können wir schon mal zusammen sammeln hier. Blechdosen. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder überladen? Das ist doch der Wahnsinn. So, eine Pfanne nehmen wir auch mit. Der Milton ist nichts mehr. Schreibtisch ist leer. Glamm-Brett. Nehmen wir da noch. Ne, ich will nicht den Schreibtisch. Ich will die Mundharmonika haben. So, Bücher nehmen wir nochmal mit. Und auf dem Klo. Haben wir soweit nichts mehr. Trinken. Ne. Da warte ich bis zu Hause. Das ist mir zu ii. Da ist zu viel Red drin. Ach, da ist so ein Save. Den habe ich gar nicht gesehen wegen der Tür. Nee, das ist Munition. Mhm. Und Buttermesser. Mal kurz Lichtern machen, damit man auch ein bisschen was sieht. Mach es ja für YouTube extra nochmal ein bisschen heller. Aber bei mir auf dem Bildschirm ist das halt immer so schweineduster. Man macht halt auch so ein bisschen mehr Fun. Muss ich ja schon zugeben. Weil man nicht sofort erkennt, wo die Gegner sind. Das ist halt auch ein düsteres Spiel. Gut. Mehr haben wir jetzt hier auch nicht. Ich könnte jetzt... Gucken, dass ich jetzt hier irgendwo was unterbringe. Nehme ich jetzt hier aber trotzdem erstmal alles mit. Damit wir dann alles schön gestapelt haben. So, zum Beispiel. Na gut. Die Waren haben wir alle schon mal raus. Das gute Essen hier. Putzmittel. Wie viele Med-Eggs wollen wir da haben? 15 Stück. Soll ich ihnen jetzt wirklich den Gnadenstoß geben? Bin noch ein bisschen am überlegen. So, jetzt gucken wir nochmal schnell in die... Aufgabe. Die Gefangenen retten. Das wird... Äh, ja. Hat sich eigentlich die andere Quest schon aktualisiert? Ja. Gut. Ich geh mal kurz wieder raus. Wir haben hier einen Briefkasten oder sowas in der Nähe. Ja, da vorne. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich diesen Briefkasten da benutzen kann. Um ein bisschen was abzulegen. Regionsrecruit. Okay. Gut. Das heißt, ich lege jetzt hier... ...ein bisschen was ab. Was ich jetzt hier irgendwie entbehren kann. Na gut. Zwei Lederrüstungen. Die könnte ich nochmal zusammen mixen. Machen wir erstmal mixi-mix. So. Auch bei den Pistolen. Helfen tut es halt nicht viel, weil wir halt immer noch zu viel haben. Probiere ich erstmal sozusagen hier ein bisschen Sonstiges auszusortieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal petzen. Machen wir das erstmal so. So, die Blechdosen müssen nochmal weg. Schauen wir mal. So. Glaskrug. Kein Gewicht, kein Gewicht. Kaffee-Tannen. Meine Kaffee-Tassen. Meine guten. So, neun Bücher haben wir noch. Nochmal sechs dazu. Nochmal fünf. Ein Ledergürtel. Rause-Flaschen. Leere Cola-Flaschen. Normale Flaschen. Medizin. Mehl. Metallkochtopf. Metalllöffel. Ah, wann kann ich mich wieder um Acker machen? Hier nochmal acht. Brauchen wir nur noch drei. Na gut. Einen hätte ich mir nochmal wieder. Nehme hier noch ein Glaskrug mit. Oder würde ich sagen, setzen wir uns jetzt... Okay. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Oder? Äh, nein. Muss er noch höher? Okay. Gut. Klappt. Dann würde ich sagen, räume ich jetzt einmal kurz aus. Ich versuche da hinten das auch nochmal so leise wie möglich rauszuräumen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. auch gegen den in dieser Minute. To thing. Und wir sehen uns dann Vielen Dank.